Hi Friends, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Full Face mit Make-Up aus Österreich und ich möchte mit euch einen Look schminken. Wir schauen, was die österreichische Drogerie so drauf hat und wir schauen, was Look bei Biba so kann. Und wenn ihr wissen wollt, was wir daraus schminken, was es sich lohnt zu kaufen und was nicht, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und es geht auch gleich los. Zu guter Ernst, ganz am Anfang, vielen Dank an dich, dass du, der Giacomo Army und mir, das Paket zur Verfügung gestellt hast. Das Ganze wurde mir nämlich wieder von einer Zuschauerin im Zuge meiner We-Test-Make-Up aus einer ausländischen Drogerie zugeschickt. Und sie hat echt keine Kosten und Mühe geschaut und mir einiges an Make-Up geschickt. Und das möchte ich heute mit euch testen. Es sind Sachen dabei, die kenne ich schon so ein bisschen. Manche Sachen, da bin ich schock, weil da sind Sachen drin. Schwierig. Und ja, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Warum ich das Video jetzt mache, ist, wir haben Weihnachten. Viele von euch sind vielleicht im Skiurlaub in Österreich oder in der Nähe von Österreich. Oder ihr wohnt in Österreich. Oder ihr habt die Möglichkeit, an die Produkte ranzukommen. Und vielleicht sind hier ein paar neue Highlights mit dabei. Und das möchte ich heute mit euch ausprobieren, Freunde. Ich würde auch vorschlagen, wir fangen gleich an. Ich habe hier eine ganze Kiste voll mit Make-Up. Und die gute hat mir zwei Primer mit eingepackt. Und sie hat mir auch zu jedem Produkt so ein Zettelchen reingemacht. Hier steht einmal drauf mal was Neues zum Testen. Und hier bin gespannt. Wir haben einmal von Look den Stein Primer Serum. Shine Primer Serum. Das ist einmal dieses Schätzchen hier für eine Shiny... Ach, Shiny Skin. Haha, okay. Das ist ein Shiny Skin Primer. Und dann haben wir hier... Ich sage es nicht, weil sonst de-monetarisiert. Ein Caring-Öl mit einer Pflanze, die man sonst... Früher zumindest, äh, ne? Da möchte ich nichts zu sagen. Wir haben zwei Primer. Und ich würde vorschlagen, wir tragen auch einfach beide Primer auf. Auf die linke Seite tragen wir uns diesen Shiny Skin Primer auf. Das ist mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Feuchtigkeitsbewahren. Kommt mit so einer Pipette. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an diese... Fasali Drops. Uh, das fühlt sich... Das fühlt sich aber sehr gut an. Das fühlt sich... Ja, also es ist eine Flüssigkeit. Da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Sie ist flüssig. Ein bisschen dickflüssiger. Aber fühlt sich sehr, sehr gut an. Sehr, sehr reichhaltig. Krass. Und das lassen wir jetzt so ein bisschen einziehen. Auf die andere Seite, da bin ich sehr gespannt. Dieses... Caring. H. A. Ein Buchstabe. N. Und einmal das F. Ich darf es nicht sagen, Freunde. Sonst ist dieses Video gleich demontarisiert, ne? No Joke. Das soll für Feuchtigkeit sein. Und mit wertvollem Vitamin E-Komplex. Kann direkt oder vermischt mit der Hautpflege aufgegeben werden. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe noch nie wirklich... Okay, es riecht zumindest nicht danach. Ich habe noch nie wirklich Primer-Öle benutzt. Weil für mich war immer, wenn ich ein Öl benutze... Ihh. Dass sich das so ein bisschen mit meiner Foundation irgendwie nicht verträgt. Aber, also ihr seht, es ist halt wirklich ein Öl. Die Seite ist eher ein bisschen matt. Fühlt sich aber sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Das fühlt sich jetzt einfach nur ein bisschen ölig an. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins von den Produkten habt. Vielleicht kommt ihr ja auch aus Österreich und habt mit dieser Marke mehr Erfahrung als ich. Und könnt mir so ein kleines Feedback dazu geben. Ich lasse das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen einziehen kurz. Und möchte mit euch zur Foundation kommen. Die hatte ich schon mal probiert. Das ist die Look All Over Matte Foundation. Das ist die Farbe 10. Sie hat mir drauf geschrieben, mich haben die Farben und die Konsistenz sehr verwirrt. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ich hatte die schon mal. Und ich glaube, dass die wirklich matt war. Ich gebe mir die einfach mal auf mein... Uh. Okay. Also erstmal ist sie sehr, sehr weiß. Und das ist wie so Zahnpasta-Konsistenz. Ich nehme mir mal ein Foundation Brush hier von It Cosmetics. Und wir tragen... Okay, Freunde, das ist weiß. Sekunde. Ich glaube, ich habe noch eine andere Farbe hier. Sekunde, weil... Okay, Freunde. Nee, sorry. Also, ich weiß, dass wenn ich die Foundation jetzt auftrage, das ganze Make-up nichts wird. Deswegen verzeiht mir bitte. Aber wir hatten das neulich unter meinem letzten Video ein paar Leute geschrieben. Ja, dann nimm doch einfach eine andere Foundation. Werde ich jetzt auch tun. Weil dann kann ich A, die Primer ein bisschen besser bewerten. Und ich möchte nicht, dass das Make-up versaut ist, nur weil die Foundation furchtbar ist. Also die Konsistenz ist eine ganz, ganz schwierige. Das ist wirklich wie so eine Zahnpasta. Und die Farbe ist auch off. Okay, dafür kann jetzt niemand was. Aber wir tragen einfach eine Foundation auf. Ich mache das einmal ganz schnell und trage Concealer auf. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay, Freunde. Ich habe die Foundation einmal aufgetragen. Ich will euch gleich ein Stückchen näher ran. First Impression, ach du Schande. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt wie im Real Life. Aber jetzt mal ganz logisch überlegt. Womit schminken wir uns ab? Mit Öl. Warum schminken wir uns mit Öl ab? Weil Foundations oder Make-up sich mit Öl zersetzen lässt. Jetzt habe ich mir Öl unter meine Foundation gegeben und die Foundation rutscht. Ich merke richtig, wie meine rechte Gesichtshälfte so beweglich ist, dass das die ganze Zeit durch die Gegend rutscht. Das Finish ist sehr schön. Das ist sehr, sehr dewy, glowy, ölig halt. Ich meine, wir haben uns literally Öl ins Gesicht gegeben. Die Seite sieht sehr, sehr schön aus. Sehr feucht, sehr gesund. Gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Primer. Aber die Seite rutscht komplett durch die Gegend. Ich weiß es. Das Ganze wird keine 30 Minuten in meinem Gesicht halten, wenn wir es überhaupt gesettet kriegen. Das ist total krass. Also bitte, bitte zerstört mich nicht in den Kommentaren, wenn ich zu doof bin dafür. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr mit Ölprimern arbeitet. Ich meine, how? Wie soll das funktionieren? Muss ich das eine Stunde vorher einziehen lassen? Das Finish ist sehr schön. Also es ist glowy, aber es rutscht halt komplett durch die Gegend. Und dann habe ich hier noch ein loses Puder, glaube ich. Das ist Fixing und Baking. Da bin ich sehr gespannt, weil meistens sind diese Fixing-Puder mit so viel Kickback. Wir haben hier einfach so einen transparenten Puder. Ich gebe mir den mal in den Deckel. Und da man damit Baken soll oder können soll, machen wir das jetzt auch. Ich gehe hier wirklich nochmal runter, schaue nach oben, gehe mit meinem Schwamm rein. Uh, okay. She's white. Das ist von der Konsistenz her wirklich wie Puderzucker. Und dann sette ich mit dem Rest hier einfach so ein bisschen mein restliches Gesicht. Schauen, ob das funktioniert. Sie hat mir aber auch noch andere Puder mitgegeben. Das ist der Favorit meiner Mutter. Dann haben wir hier auch noch ein gepresstes Puder. Damit gehe ich jetzt einfach mal so grob hier rüber und nehme mir das Baking-Puder weg. Okay. Okay. Ich habe echt Angst gehabt, dass das nichts wird. Ich dachte, dass es zu weiß wird unter den Augen. Aber es sieht aus wie bei mir sonst auch immer. Okay. Jetzt sehe ich schön matt aus und es sieht... Hä? Okay. Also, jetzt habe ich ja hier die Ölseite und mir gefällt die Ölseite jetzt besser als die normale Hyaluron-Seite. Klar, es ist jetzt ein bisschen hell und wir bronzen das Ganze auch gleich noch und dann passt das alles wieder. Aber hier sieht das Ganze etwas trockener aus als hier. Mhm. Nicht schlecht. Ich habe hier noch einen Bronzer. Das ist der Favorit ihrer Mutter. Das ist der Delicate Compact Bronzer in der Farbe Ibiza Sun. Auch eine spannende Farbe. Ich nehme einfach meinen Bronzerpinsel. Geh rein. Mhm. Recht warm, aber nicht zu warm, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Es ist immer so schwierig einzuschätzen, wenn die Base nicht stimmt. Okay. Ein bisschen orange ist es, glaube ich, doch. So im Gesamtkonzept okay, glaube ich. Ja. Ja, doch. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich habe hier die einzige Contouring-Palette. Und das ist Contouring, Sculpting, Blush und Highlight. Und da benutzen wir mal diese Farbe hier. Uh, okay. Kickback. Uh, aber schön. Die Farbe mag ich. Uh. Ich nehme auch gleich diesen Blush hier. Seht ihr das? Wie das staubt? Also sehr viel Kickback. Und da ist so ein kleiner Schimmer mit drin. Auch eine schöne Farbe. Aber nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, was die Sachen kosten. Der Contour-Ton ist schön. Der Blush ist auch schön. Mir persönlich ein bisschen zu soft. Ich habe gerne eine intensivere Farbe. Und ich glaube, in Kombination mit diesem Bronzer gerade ist er ein bisschen schwierig. Aber ich habe hier noch was ganz Tolles. Und danke dir darauf. Das hat dein Name geschrieben. Äh, das ist ein Rainbow Holo Eyeshadow. Ich swatch ihn euch mal ganz kurz. Okay. Ich wollte ihn mir eigentlich als Highlighter auftragen. Aber das ist grün. Deswegen machen wir das nicht. Dann habe ich hier noch einen Monolidschatten. Hier steht drauf, den nicht vergessen. Das ist die Farbe Into the Blue. Sieht so ein bisschen aus wie die Farbe von Essence. Ich liebe diese Farbe von Essence. Und ein Augenbrauenstift. Die einzige Farbe, die passen könnte. Das ist der Eyebrow Designer Pen. Sieht einmal so aus. Und ich gehe einfach mal mit dem Spool hier hinten so ein bisschen durch. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal ausprobiert. Sehr, sehr viel Farbabgabe. Sehr viel Farbabgabe. Wow, okay. Aber intensiv. Vielleicht trocknet sie noch ein bisschen an. Weil so habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen hin und her rutschen könnte. Weil sie halt sehr, sehr viel Farbe abgibt. Man muss halt mit einer ganz, ganz... Was juckt denn hier so? Ja. Recht dunkel. Aber kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ich glaube, dass es was schöner ist an den Augen als auf den Augenbrauen. Dann habe ich hier eine Lidschatten Base. Die tragen wir doch jetzt gleich mal auf. Denn wir kommen gleich zum Lidschatten. Okay. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist... Vielleicht nehme ich sie doch nicht, oder? Doch. Oder nein. Lieber nicht. Das ist so ein Wachs. Hä? Och nee. Egal. Egal. Wir lassen das. Schade. Oh Mann. Es tut mir so leid. Ich habe hier aber eine schöne Lidschattenpalette, Freunde. Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Das ist die Glamorous Eyeshadow Palette. Sieht einmal so aus. Sehr, sehr schöne Farben. Schreien genau meinen Namen. Ich gehe einfach mit dem Pinsel in die Farbe Angelina rein. Uh. Ist ein bisschen trocken im Pfennchen, aber dafür haben sie gar kein Kickback. Schöne Farbe. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Man muss so ein bisschen aufbauen. Also ihr seht, ich gehe ab und zu öfter in die Palette rein, um die Farbe aufzubauen. Aber sie lässt sich recht gleichmäßig verblenden. Und es ist einfach gar kein Kickback in der Palette. Gar keins. Und verblende das oben mit der Farbe Jennifer. Kann man sehr gut mit ausblenden. Wow, okay. Und dann gehe ich mit demselben Pinsel nochmal in die Farbe Penelope. Und presse mir das hier außen hin. Einfach zum Verdunkeln. Sehr schöne Palette. Wow. Ich weiß nicht, was sie gekostet hat. Vielleicht 10 Euro maximal. Uh. Okay. Wow. Penelope und Emma Angelina. Brunhilde. Catalina, Estefania, Loredana, Kalenta. I love it. Ich gebe mir das auch gleich hier unten so ein bisschen hin. I love it. Ich ziehe mir mal ganz kurz eine Cutcrease, weil ich möchte unbedingt diesen blauen Lidschatten hier benutzen. So, die Cutcreases einmal drauf. Ging richtig, richtig gut. Ich bin heute auch mal ein Stückchen höher gegangen. Ich möchte jetzt hier die Monolidschattenfarbe 150 into the Blue nehmen. Ich liebe diese Monolidschatten. Das ist so krass. Die sind einfach teilweise so gut. Ich nehme jetzt auch so einen Pinsel hier. Einen flachen synthetischen. Und uh. Und presse mir das hier rauf. Wow. Passt halt gar nicht zusammen, ne? Aber uh. Okay. Es ist viel zu dunkel. Aber ihr könnt sehen, wie deckend der Lidschatten ist. Also ich kriege wirklich die 1 zu 1 dieselbe Farbe hin wie im Pfändchen. Wow, Freunde. Wow. Das ist genauso wie dieser von Essence. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Emma. Das ist dieses Lila hier. Und gebe mir das an den Übergang. Okay, um das Ganze so ein bisschen weicher zu kriegen. Und toppe das Ganze jetzt hier, Achtung, mit diesem Holo-Lidschatten. Ich mache den Pinsel so ein bisschen sauber. Sprühe ihn einmal an. Und gehe in diesen Lidschatten hier. An. Uh. Ah. Wow. Gebe ich mir komplett rüber. Mit dem Finger. Santa Maria. Quantana. Ne, ich darf nicht singen. Okay, können wir ganz kurz über diese Farbkombination reden? Wie krass sieht das bitte aus? Ich dachte, Freunde, wirklich, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich dachte, dass das Ganze hier nichts wird. Alles am Ende furchtbar aussieht. Aber I'm living. Wie schön ist das? Ich sehe aus wie eine Meerjungfrau auf meinem Lid. Dann habe ich hier was. Das hat ihre Mama für mich ausgesucht. Das ist ein Matt-Lipstick in der Farbe 140. Mama. Passt jetzt nicht so zu dem Look, den ich geschminkt habe. Aber es fühlt sich sehr, 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 sehr gut an auf den Lippen. Freunde, ich bin überrascht. Ich habe hier noch was. Da steht, finde, es riecht nach Seifenblasen. Das ist ein Setting Spray. Das ist das Prep and Set Setting Spray. Das hatte ich schon mal. Das mag ich ganz gerne. Oh, wow. Es riecht, wow. Aber es riecht wirklich nach Seifenblasen. Okay, und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Make-Up aus Österreich. Full Face Only Using Look Make-Up. Ich muss sagen, dass es mir jetzt mit dem gesetteten Make-Up gar nicht schlecht gefällt. Ich habe jetzt keine Lashes drauf gemacht. Die Foundation... Der Primer auf der linken Seite. Also der hier sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Mit dem Öl weiß ich nicht. Ich glaube, da muss ich mich noch so ein bisschen rantasten. Vielleicht mit einer trockenen Foundation. Und das so ein bisschen mischen, dass das Ganze overall ein bisschen besser aussieht. So, finde ich, sieht das Ganze aber wirklich nicht schlecht aus. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Maxim, was kannst du uns empfehlen? Dann sind es diese zwei Lidschatten. Einmal die Farbe 150 und einmal die Farbe 020 Fluffy Tutu. The Rainbow Highlighter. So eine schöne Kombination. Auch die Lidschattenpalette. Sehr, sehr gut. Das Baking Puder. Gut. Hat alles funktioniert. Ich glaube, dass es eine gute Sache sein könnte, falls ihr nicht aus Österreich kommt und mal ein bisschen Make-up irgendwie mitnehmen wollt oder so, dass ihr da auf jeden Fall was finden könnt. Manche Sachen funktionieren, manche Sachen funktionieren nicht. So ist das aber immer beim Make-up. Ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen mit Look bei Biba habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank an dich, dass du uns die Sachen zur Verfügung gestellt hast. Schreibt mir gerne einen netten Kommentar. Freunde, genießt die Weihnachtsfeiertage. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ich passe mal governor delegieren. Sorry. Müssen wir unsco tun.